Musik So, hallo und herzlich willkommen, wir sind in der nächsten Folge hier bei Minecraft und wenn ihr mal in den Chat guckt, seht ihr, wie Korb schon wieder über mich redet. Ich hab ihn überhaupt nicht erschlagen, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Alter. Thomas, man hört dich nicht, Korbo-Flipper. Hörst du den, Korbo? Ja, da passiert manchmal, dass ich TS bei mir einfach selber... Ha, jetzt bist du wieder da. Ja, ich weiß. Wir wollten gerade schön über dich lästern. Ah, nur weil ich nicht sagen kann, heißt das nicht, dass ich euch nicht höre, ne? Jetzt geht doch mal lieber wieder raus. Guck mal, wir können ja mal mit ihm über hier den Steinzeit... ... äh, ähm, Chat mit ihm schreiben. Hörst du? Hörst du? Norbert. Haha, dauert viel zu lange, bis das ankommt. Hast du überhaupt was abgeschickt? Nein. Ha, 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 ha. Noob AFK. Du, oder was? Wurz� бa'm einfach. Moment, stopp, stopp. Da komm her. Du stirb's. Stirbkartoffeln. Weiß wie lange ich gebraucht habe... ja weißt du wie lange ich brauche harter Kampf ha 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 was war das? ha 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 damit habe ich die Goldblöcke ha 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 ich hab mich schon gewollt Glück auf Fabs, Glück auf ha 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 also ich hätte ja überhaupt nicht wohl, aber der hallo erstmal ich bin ja der Flasko heiße Angelegenheit Fabs was los, hast du einen Ofen gebaut oder was? verbreiten, pass auf, dass du dir deine Finger nicht verbrennst ah, dankeschön also ich finde die Fisur, die stritte richtig gut ne, dir nicht ne, dir deine nicht das hast du jetzt falsch verstanden Florbert Florbert, ich kippe meine Sachen wieder so, dann finde mich zu den Waffen zu den Waffen guck mal, ich will nur mal die Sachen wieder haben wow, wie geil, guck mal, jetzt bin ich wieder hier Giftswerke, will sie mir dann schlafen? was bin ich? geh weg wie hast du mich genannt? geh weg mehr tötern haha wo bist du denn Posthel, ne? oh mein Inventar stell ist voll ups wow, du armer vielleicht solltest du da was abgeben ja klar, hier kann zwei Zombieflas haben liege hier wo seid ihr überhaupt? Wir sind auf dem Minecraft-Server. Oh, ich auch. Da haben wir was gemeinsam. Cool. Willst du mich heiraten? Ja, gerne. Und dein Ernst. Was? Ja, ich heirate Flobbel und nach der Scheiternung kriege ich alle Items. Okay. Warum? Ich will ja nichts sagen, aber dass in der Kiste hier vier Stacks Kohle liegen, hatte schon was zu bedeuten. Die braucht ihr nicht einfach rausnehmen. Habe ich schon? Wenn du mich eben umgebracht hast, dürftest du die vier Stacks Kohle eigentlich wieder haben. Ja, die habe ich jetzt. Weil ich dich, wofür ich dich umbringen muss. Hallo. Pack dir wieder da rein oder ich bring dich um. Ja, gib mir meine Sachen oder ich pack mich. Ja, guck doch mal da rein. Ich glaube, die Justiz muss doch nicht durchschauen. Wann spring ich in die Lava? Hallo, guck doch mal. Bitte was? Ich muss ja erst mal suchen. Ich kipp's dir ja wieder, warte, warte. Ich kipp's dir ja wieder, ich kipp's dir ja wieder. Geh weg, geh weg, bitte. Ich glaube, wir haben einen Diktator gerade hier. So, was ist, ich kipp's dir dir? Alle. Mehr davon. Bist du hier jetzt verarschen? Nein, ich kipp's dir ja noch wieder. Ich glaube, die Gerechtigkeit muss gleich zuschlagen. Ähm, das sind ja auch ganze Zweistexte. Jetzt komm her, jetzt kipp's, töd ich dich. Warum? Mach dem Spaß. Da ist dein Zeug drin. Ich pack dir da mehr rein. Warte, ich pack dir da mehr rein. Die Leute hat zum Sagen. Wem piept das gerade? Äh, bei mir. Bei mir nicht. Bei Thomas, Coro. Paps. Ich hab Thomas verdammt. Du weißt, ich kann mal die Sachen hören. Der Rest ist der komische Typ namens Thomas. Wie von ihm gehört. Alter, meint dein Film? Warte, das ist voll der Spaß. Das war von mir. So. Denn dem ist es egal, was dir. Ja, sag mal, wo ist mein Gold? Gold? Siehst du? Gold? Ja. Welches Gold? Du hast Mops gesagt. Äh, was? Boah, ich geh mal deine Sachen wieder zum Hoblach. Na, du Schummler. Hallo, die zwei Stacks Kohle direkt wieder da rein. Alter, das war von mir, verstehst du? Nein, war's nicht. Nein, das war bei uns. So, besser. Dann kannst du jetzt deine Wolle wieder haben. Deine Steine. Meine Waffen. Ja, Waffen treu ich mir dir gerade nicht zu geben. Doch, brauche ich, war gar nicht. Wir sind Zombies, ich muss mich verteidigen. Okay. Hier ist deine Eisenspitzhocke. Ähm. Ja, meine Sch... Äh. Da sind zwei Schwerter. Meine drei Steinschwerter. Die, äh, davon muss ich eins leider einkassieren. Und zwar, warte mal. Wenn ich es mir recht überlege... Wenn ich es mir recht überlege, muss ich sogar das hier einkassieren, weil das noch nicht gebraucht. Und weg. Ich habe damit nichts zu tun. Du hast auch meine Schuhe noch. Die muss man auch... Oh, Tatsache, die habe ich, äh, an meinen Füßen. Ja, das ist bei Schuhen normal, dass man sie an den Füßen trägt. Was? Nein. Ganz ehrlich, die waren voll. Was? Laber mal keinen. Ich habe doch... Ich habe doch... Ja, weißt du auch warum? Nee. Weil du mich so oft geschlagen hast. Ja, das war Selbstvertreinigung. Aber, ich, ähm, habe da auch kein Problem mit. Aber, 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 uuuh, uuh. Ja, das wollte ich auch was sagen, eigentlich. Na, ich sehe dich verbrochen. Voll Spaß. So, Alter, meine Fackeln, lass mir auch nicht wiedergegeben. Doch, die lagen in der Truhe. Nein, lagen sie nicht. Ja, lagen sie doch. 35 Stück. Ups. Haben wir hier vielleicht etwas übersehen? Nein. Oh, boh, 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 boh. Hast du jetzt Nein gesagt? Nein, habe ich nicht. Guck mal her. Kein Widerstand. Geh mal weg, du, Mongo. Ich möchte dich hier nicht. Wie nennst du denn den Flosko? Hallo, wie hast du mich genannt? Komm her. Geh mal weg. Ich kann ja mal am Hammer da nebenschlagen. Geh mal weg jetzt. Ja, seelisch möchte ich dir wehtun. Du hast mir schon körperlich wehgetan. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht uns nicht. Ne. Wir wollen immer mehr. Mehr davon. I. Was war das denn? Dann geht ihr Affen. Da kommt was begonnen. Ja, wart ihr in dem Film schon drin? Also, ich werde auch da reingehen. Ich muss mich auch angucken. Der ist geil. Habt ihr Teil 1 gesehen? Ja. Ich hab's aber den ganz alten gesehen. Bitte? Den ganz alten, von 1980. Ach, den. Aber den fand ich nicht so besonders beeindruckend. Ja, der war ja auch schon älter. Der ist ein Spitzakrin an drei Schlägen kaputt geht. Ups. Ups, das habt ihr ja gar nicht gepusst. Das hab ich ja gar nicht so bemerkt. Ey, wo seid ihr gerade? Ähm, in der Höhle. Was machst du da eigentlich? Ah! Verpiss dich. Jetzt hab ich alle meine Sachen wiedergut. So, meine ganzen Kartoffeln, die du dir auch nicht wiedergegeben hast, du Geizkragen. Was macht denn jetzt ein Creeper in meinem Gang? Ihr seid scheiße. Wieso hast du nicht ernsthaft Rage gemacht? Ich bin nicht mehr auf dem Server drauf. Warum nicht? Keine Ahnung, aber habt ihr doch gelesen, Floskeleftes Server. Ich hab gedacht, du bist aus Gut jetzt in die Lötigkeit an. Nein! So, wie ist denn das ein Server? Ja, guck mal, ich hab hier sogar eine tolle Ausrüstung jetzt wieder gemacht. Floskeleftes Server, was? Ja. Das hab ich schon mal aufgefallen, dass... Das hab ich doch im Chat geschrieben. Da kann ich doch gar nicht geläftet haben, ihr Bauern. Du hast aber... Du hast es ab... Ich hab gerade gar nicht geläftet. Uuuh, uuuh, seid ihr doof. Und wenn jemand leftet, dann ist das auch mal gelb angezeigt. Oh mein Gott, Floskeleftes Server. Ihr seid ja richtige Pros... Prostituierte oder so. Nein, nicht damit. Also ich kippe jetzt erstmal so ein Sachen wieder. Äh, warte. Nimm dich an, jetzt bist du tot. Ich greif dich nicht an. Womit denn? Mit meinem... Äh, außerdem, wo bist du? Weit weg. Ey, wo bist du, Lamm? Warum sind's lieber ein Creeper? Meine Frisse, ey. Ey, hier beim Pölen heute war ich, ne, unterwegs, hab Fußball gespielt. Waren so andere. Und, äh, haben auch Fußball gespielt. Saran! Ne, ähm... Aua. Laber mich. Und, äh, äh, ich, ich denen dann so, äh, deren Ball ist immer bei uns aufs Spielfeld geflogen. Wir schon irgendwann voll kurz vorm Austicken. Und, ähm, dann ich den Ball von denen, also bei denen aufs Spielfeld geschossen. Ne, einfach so zurückgegeben. Nur halt ein bisschen fester. Gut, dass dann zwei ausgewichen sind, kann ich auch nichts für. Aber, äh, dann lag der so mittig bei denen im Spielfeld. Und dann kommt da einer an. Und dann, äh, was bist du denn für einer? Und ich hab, ich hab das gar nicht gehört. Und guck alle aus meiner Mannschaft an. Die gucken mich an. Ja, ich mal. Was bist du denn für einer? Äh, da hatten wir Spaß. So, hier. Ah, ist das meine Kiste? Robits Rilat. Fick dich. Fick dich. Für dich doch immer nur das. Eine nobele Geste. Wo seid ihr denn jetzt? Juhu. Ja, komm, dann sag doch mal, was es dir gegeben habe. Brauch ich doch gar nicht sagen. Das sieht doch jeder. Komm, der selbst hat er nicht gesehen. Außer Feps. Was da drin war? Komm, wir feiten. Komm, wir feiten. Du bist böse. 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 Ja, der ist mit einer nobelen Geste abgehauen. Haha, das war so. Mit deiner nobelen Geste. Du bist böse, edle Geste. Ja, die richtig asozial war. Was? Kannst du das so verhauen? Ja, ist so. Das finde ich jetzt nicht gut von dir. Ich finde, das ist da nicht. Redest du denn von unserem Gemeinschaftsmitglied? Eben. Gemeinschaftsmitglied? Hallo, das ist Korbo. Ja, ich bin ein Gemeinschaftsmitglied. Nee, eben nicht. Komm, Flosko, ich habe Steinschwert wie Bette. Oh, Moment, ich habe nur Holzschwert. Das geht nicht. Du, nur Holzschwert? Wo bist du denn? Guck mal. Dein was abgehauen. Ich glaube, der ist abgehauen. Nein, ich bin noch nicht abgehauen. Oh, guck mal, ich habe einen Gang gefunden, den hat hier irgendwer gegraben. Könnte Fetts gewesen sein. Bis auf den Bedwalk. Und dann immer geradeaus und geradeaus. Ach, hier geht es einmal nach rechts ab. Nee, da hat er nur was gefunden. Ja, das war wahrscheinlich nicht. Verirrt sich da gleich. Ist das hier? Mehr Gang, mehr. Gib mir mehr davon. So, und was ist da jetzt? Immer noch nichts. Immer geradeaus, immer geradeaus. Oh, ich höre Skelett. Oh, Lava. Ja, das hat Fabs mal gebaut. Das ist ungünstig. Das hat Fabs mal gebaut. Irgendwann. Oh, wo geht es denn hier so lang? Ziemlich sicher. Wenn du mich nett wohnst, gib ich dir vielleicht noch die Sachen zurück. Liebster Korf, würdest du mir freundlichsterweise... Nein. Unlustig. Für meine, äh, wertgeschätzten Sachen zurückbringen, geben... Arschloch. Ne, ne, hab ich nicht gesagt. Dein Arschloch ist leider 40 Kilometer von mir entfernt. Das geht leider nicht. Echt, wir wurden nur 40 Kilometer auseinander? Ja. Ich hab gedacht, es werden mehr. Ja, ich hab gehofft, es werden mehr. So hab ich jetzt Angst. Ich träum mich nachts von ihm an oder so. Wir haben mich vergewaltigt. Oder ähnliches. Ja, davor hab ich jetzt Angst. Ah, ah, ah! Du Hure! Was geht mit dir? Wo, wie, wie kommt man da hin? Die Aspert so schnell wieder. Äh! Ich hab nämlich Schleichen gemacht, dass er meinen Namen nicht gesehen hat. Doch, doch, den hab ich gesehen. Ja, ja. Ach, danke für die Kartoffel, ne? Ja, ich glaube, ich muss mal eben auf die Uhr gucken, so. Das war nur eine Kartoffel, oder? Ne, nur 63 Stück. Einer hat dann Gini-Kartoffel gegessen. Also, ich will ja nichts sagen, aber mir reicht's jetzt an dieser Stelle mal wieder tot. Warum? Beende ich, glaube ich, die Folge, Hetz. Weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Komm, schenk dir schon ein Steinschwert. Also, 8 Minuten bestimmt schon. Aber ich bin gerade gestorben. Und deswegen hab ich... Oh, der Svenskarne, ne? Der hat doch bestimmt auch was in seinen Kisten. Oh, ne. Plünderer, Plünderer. Ich hab da eben schon geguckt, weil ich dir was klauen wollte. Der hat wirklich nur... Der hat wirklich nur... Der hat wirklich nur... Ja, das ist was für die Gemeinschaft, oder? Ja, das ist was für die Gemeinschaft. Ich war ja gleich. Ach so, ja, gut. Das war ja nichts für die Gemeinschaft. Ne, ne. Dann geh ich jetzt, äh... Ich weiß schon, wo ich mir was herhole. Ja. Trotzdem, also, zwar von dem... Also, was soll die Gemeinschaft dazu sagen? Weiß ich auch nicht so genau. Ja, was sagen wir denn hier? Ja, genau. Eine Axt. Drei Minuten Denkzeit. Drei Gold. Das kann ich immer mal brauchen. Sonst töten wir dich nochmal. Braucht ihr nicht. Braucht ihr nicht. Ja, wollen wir aber. Ich hab doch alles, was ich brauche. Vielleicht noch mehr. Denk. Nacht. Nacht, ja, ne? Cool. Ja, ist nacht. Kommst du wieder nach Hause, oder was? Das ist natürlich geil. Ja, ich muss jetzt schlafen. Ja, ich muss jetzt nacht werden. Gute Nacht. Ups. Na dann. Als Rabehra. Oh, sehr schlecht. Oh, das schießt ein Skelett auf mich. Ah, cool. Wieder tot? Nö, Küken haben sich nur gegenseitig bewusst gemacht. Und was ist das? Ich meine, ob der Floppel tot ist. Nein, steht das irgendwo im Chat? Nein, aber vielleicht wird es da gleich stehen. Ja. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das ist nicht blöd. Och Mann, Alter. Ah, Junge. Ich hab richtig karte Sachen gefunden, kann die aber nicht abbauen. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt bin ich tot. So was trauriges. Ist kaputt gemacht worden, ne? Kaputt gemacht worden. Oh, Scheiße. Ich hab jetzt ein bisschen Ärger. Das kann ich bestimmt gebrauchen. Das ist Gemeinschafts-Sachen. Nein, 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 nein. Ah, sie sind hier irgendwo Spinnen. Wir hatten bis nach Monster her. Du bist das Monster, da brauchst du nicht mehr viel jagen. Ja, du bist doch das Monster, das Egoismus-Monster. Oh, Junge, wie viele Viecher denn hier bitte sind. Oh, Junge, die Jungs. Einen hab ich. Aua. Wie der mir immer einen reindrückt einfach. Wow. Wow. Technischer Fortschritt. Boah, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das ein B in Acht. Ja, komm, ich ziehe jetzt. Yay, Fortschritte hier. Geil. Und so. Ja, freu dich. Nein, äh, worüber? Über die Fortschritte. Ja, und? Ja, ist doch gut. War doch nicht so schwer. Boah, ganz ehrlich. Okay, gut, du hättest vielleicht Probleme damit gehabt, aber... Ich fand's eigentlich nicht so schwer. So. Das ist echt ein Witz. Fast tot. Wir haben kaum noch Rohstoffe hier, das ärgert mich gerade. Oh, glaub mir, wir haben hier verdammt viele Rohstoffe. Ja, aber die Gemeinschaft hat keine, sondern ihr seid einfach egoistische Scheiß-Drecksspieler. Muss ja denn alle der sagen, der mich eben viermal miteinander umgebracht hat. Ja. Was? Das ist ja... Das ist so egoistisch, weil das war nur dreimal. Erstunken und erlogen. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin erlogen. Ich bin entschuldig, Herr Flosso. Bitte? Was? Nein. Ich bin entschuldig. Moment, Herr Richter, nein, das können Sie so nicht sagen. Richter Alexander Holt. Nee, Richter, äh, Febs. Barbara Febslash. Richter Febslash. Richterin Barbara Febslash. Richter Barbara Flobbets. Barbara Salisch. Febslash. Ja. Gut, Freunde. Ähm... Ja, 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 ja. An dieser Stelle, wo ihr da wahrscheinlich ganz viele Probleme habt und ich hier ein bisschen Absatz von euch rumlaufe, meine Existenz wieder aufbaue und gar nichts mehr mache. Ohne Spaß. Wenn du mich jetzt durch die Chance mich zu töten, ne? Ja, ja. Ja, ja, mhm. Aber ich, aber ich beende diese Folge trotzdem mit einem Lauf durch die Dunkelheit. Wenn du die Folge beendest, möchte ich, dass die Fronten endgültig aufgegeben werden. Genau. Und ich möchte dir ein Geschenk machen. Ja, warte, dann komme ich. Du, warte, äh, obwohl du vielleicht auch mehr als ein. Oh, schenkst du mir wieder drei Stück Kohle oder was? Ja, das hat mich nicht viel zu. Vier Stücke so. Aber wenn du doch ein stehst? Möchtest du denn drei Stück Kohle? Nee, also nicht so gerne. Achso, ja, ich bin jetzt in der Base, dann komm da hin. Hier liegt ganz viel Erfahrung rum. Ja, komm mal in die Base. Und ne Kartoffel? Ein Zombiefleisch? Schill mal deine Base. Ja, komm mal in die Base, wenn du jetzt was haben willst. Oh, hey, Rosco. Wie geht es denn dir denn? Ja, wo ist es? Hier. Achso, ich bin oben. Warte. Boah, du Arschloch. Du hast gesagt, ich soll dich töten. Außerdem hab ich nur noch ein Herz. Das hättest du früher sagen sollen. Ich tue es dir in die Kiste, ja? Liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier klappt nämlich einiges gerade gar nicht. Da hab ich jetzt ein Problem mit. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß heute. Was auch immer ihr noch machen werdet, je nachdem wann ihr diese Folge seht. So. Und, ähm. Oder ihr seid flobbet, Faschinisten. Genau. Faschisten. Faschinisten. Faschinisten. So, gut. Äh, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und, ähm, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da.